Musik Luda, für 5 Euro darfst du mich küssen. Das machen die niemals, wette ich. Okay, wenn du runterkommst. Ich heiße Torge, bin 24 und gelernter Zimmermann. Mein Leben ist geil. Die Mädels fliegen auf mich und ich bin niemandem verpflichtet. Du kannst sie also nicht vorstellen, der Vater meiner Kinder zu werden. Ich dachte, wir haben jetzt mal Spaß. Ich habe Freunde, mit denen man einen drauf machen kann. Ich stehe mit beiden Beinen voll im Leben. Das Leben ist geil. Sonne scheint, der Himmel ist frei. Wir haben Sommer. Ich höre auf. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Hier ist das neue Bein. Gibt es das auch mit Noppen? Lisa ist anders. Die kannst du nicht einfach so klar machen? Weil ich ein Kruppel bin, oder was? Du brauchst dir nichts beweisen. Dein Bein wächst nicht wieder nach. Lisa? Weißt du, dass du ziemlich hübsch bist? Kommst du mit, oder nicht? Was machst du denn jetzt noch? Willst du nicht noch mit reinkommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich nicht stört. Du, wegen heute Morgen... Schon okay. Ich hätte auch nicht mit einem Einbeinigen gefickt. Ich habe schon. Mit einem Einbeinigen. Ganz und gar. Okay, Mädels. Dann kommt jetzt der Brautstrauß. Ganz und gar. Demnächst im Kino.